Im Nationalpark Eifel zwischen Ruhrsee und dem schönen Ort Heimbach liegt die Pension Haus Diefenbach. Ferienwohnungen und Doppelzimmer in gemütlicher Atmosphäre heißen sie willkommen. Hier strahlt schon das mit viel Liebe zubereitete Frühstücksbuffet, Natürlichkeit und Urlaubsruhe aus. Ob drinnen oder draußen, so gestärkt können Sie Ihren erlebnisreichen Ausflug in die wundervolle Eifellandschaft starten. Harmonisch eingebettet in die umgebende Natur wohnen Sie in komfortablen Zimmern. Gabi Bongartz versorgt Sie mit Ausflugstipps, damit Ihre Entdeckungsreise, zum Beispiel an den malerischen Ruhrsee, beginnen kann. Vorbei an Zeitzeugen führt Ihr Weg durch den Nationalpark, hin zu Vogelsang oder ins benachbarte Belgien mit seiner einmaligen Hochmoorlandschaft, dem Hohen Fenn. Nach einem schönen Tag finden Sie Entspannung im Schwimmbad oder der Sauna. Ein offenes Ohr für Ihre Anliegen hat Tobias Bongartz. Im gemütlichen Gastraum verwöhnt Sie Ralf Bongartz mit regionaltypischen Gerichten. Zeit für Lagerfeuergespräche finden Sie an unserem Grillplatz Saustall. Urlaub in der Pension Haus Diefenbach. Familie Bongartz freut sich auf Sie. Peter links Sie in der Achtung. George Wreslaus Peter,Noten Vielen Dank.